Ich bin ein lebendig, geistig, sittlich beseeltes Wesen und habe die Vornamen reiner Uwe erhalten von meinen Eltern und nichts anderes bin ich. Herzlich Willkommen bei WMF Wissen macht frei und heute geht es um eine eigene Mitteilung. Und zwar möchte ich hier für Kurzentschlossene noch einmal eine Auszeit für Körper, Geist und Seele anbieten. Das Ganze beginnt am 21.05., also 23.05. und geht bis zum 29.05. Und vor allen Dingen ist es so, dass man in dieser Zeit auch sich Teilstücke zuwidmen kann. Das heißt also, man braucht nicht komplett dabei zu sein, sondern kann individuell dazu stoßen, wenn man möchte. Das Ganze wird geleitet von Astrid Bleken, von Stefanie Muriel und meiner Wenigkeit. Und so lade ich alle ein, die kurzentschlossen vielleicht noch mal, ja ich sag mal, etwas für ihren Geist, Körper und Seele tun möchten. Ich werde diesen Flyer, den wir hier haben, ablichten auf Telegram-Kanal unter RainerUweWissenMachtFrei. Könnt ihr also genauere Informationen euch da herleiten, wo das Seminar stattfindet. Das ist in Dachschau, das heißt in 294-90-Neu-Dachschau. In einem Seminarhaus. Das nennt sich oben Wendland in der Nähe Lüneburg. Ja, ich freue mich, jeden von euch vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen, recht herzlich. Worum es sich handelt in diesem Seminar geht es um Homöopathie, es geht um Ausdruckstanz und systemische Arbeit. Ganz wichtig, manche haben oder sind dabei, ein höheres Bewusstsein zu bekommen und es geht um die Ordnung der Liebe oder den integralen Ausdruckstanz. Manche kennen das auch unter Biodanza. Das Wort möchte ich jetzt nicht so verbreiten, denn das werdet ihr dann sehen, wenn ihr an dem Seminar teilnehmt. Ja, wie gesagt, vom 21.05. bis zum 29.05. diesbezüglich. Die Kosten für das gesamte Seminar betragen ein Gesamtpaket von 390 Euro zuzüglich der Verpflegungspauschale, die sich pro Tag für 20 Euro noch mit dazu gestalten. Ja, und dann kommt natürlich auch noch die Unterkunft dazu. Wir selber werden, wie gesagt, vor Ort sein, in einem Wohnmobil. Kann auch jeder mit dem Wohnmobil anreisen, dort auch übernachten. Doch die Pauschale für das Seminarhaus ist festgelegt und es soll auch eine kleine Gemeinschaft dort stattfinden. Deswegen sind wir auch bewusst dabei, dies Ganze so offen wie möglich gestalten. Also, wen es erfreut, ich halte es hier nochmal. Dann könnt ihr das Video vielleicht anhalten und euch nochmal ein bisschen was draus nachlesen. Nachlesen für Interessierte, Kurzinteressierte oder für Kurzentschlossene. In diesem Sinne, viel Spaß euch weiterhin bei Wissen macht frei.